Musik Mama Bär steht am Herd. Sie bereitet schon einiges für das Weihnachtsessen vor. Es gibt Beerenkompott und Honigkuchen. Bibi und Ben stecken ihre kleinen Tatzen in jede Schüssel. Mama verscheucht sie. Ein bisschen Kuchen haben sie doch stüttet. Und den füttern sie unter dem Küchentisch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017